hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der mission throwdown mit mir jemand gleich ja wir schauen jetzt mal ganz kurz in die kommentare erst mal wieder rein da haben wir erst mal einen kommentar von maxi max wieder hab heute wägt evil monkey gezogen gratulation maxi max super nächster kommentar auch von maxi max hab butter toffees schon fused auch dazu gratulation mir fehlen beide karten noch aber kriegen wir schon passt ja dann würde ich mal sagen viel erfolg bei einem addicted bg dann müssen wir noch ein paar mit hinzukommen und dann denke ich mal bist du auch ganz gut aufgestellt so ja dann gehen wir mal rein jetzt hier in den shop aktuell nach wie vor hier stewie bei der mom's box und dann haben wir hier hinten karten empfohlen ist nach wie vor hier dieses mythic boom power pack die klepto box und lois griffin hat mir schon in anderen videos vorgestellt so und dann gehen wir mal hier hinten direkt rein in die combo mastery und das fängt an mit einem richtigen knaller ist der vengeance quagmire den müssen wir uns mal hier genauer anschauen der sieht so aus und interessant ist er natürlich nur in der mythic version und da knallt das ding ganz gewaltig also der sieht verdächtig nach ein bisschen ein mona aus allerdings noch effektiver noch bösartiger und ein mona ist ja auch schon nicht schlecht wer den mythic quagmire hat ich habe ihn nicht mit sicherheit auch genügend gems zur verfügung um sich hier diese combo mastery zu holen das würde ich dann auch an seiner stelle tun auf jeden fall eine mega coole combo lohnt sich mit sicherheit so dann gehen wir in die nächste kommen das ist hier die präsentation oder auf englisch show and tell ja ist eine eine combo die ich die ich persönlich ganz gerne mal spiele hat natürlich nicht in dieser version sondern dann auch in der mythic version hat relativ viel krippel also jetzt hier mit natürlich nicht mit einer rap bailey high school sondern hier zum beispiel mit der tom dandy middle school jetzt haben wir natürlich so jetzt haben wir die richtige kommen oder haben wir hier vorne dann neunfach krippel und 20 fach gas und das ding ist natürlich ein fallback das ist ich nenne das eine fallback combo bedeutet im normalfall will ich ja den first hit schaffen und wenn mir das eben nicht gelingt dann bin ich und der gegner es schaffen sollte sein deck aufzubauen also sprich dass er dann schon mehr karten draußen hatte als ich und ich kann die dann auch nicht mehr blocken ja wenn die nach hinten raus gespielt sind dann spiele ich gerne mal hier so ein show and tell um wieder ins match zurückzufinden so eine präsentation mit dem neunfach krippel all bei mir sind es sogar noch mehr dann knallt das ding ganz gewaltig an angriff runter beim gegner bei allen karten und man hat so die möglichkeit eventuell den gegenschlag dann zu starten und mit dem gas macht dann natürlich auch die die gegnerische karte die die auf der anderen seite liegt auch ziemlich schnell platt so jetzt gehen wir weiter in die nächsten kommen so ist der winfrey ja was soll ich zum winfrey sagen also ich liebe den roger ich spiele den roger inzwischen wirklich sehr gerne aber winfrey ist eine der kombos und obwohl ich die tom landry das problem ist einfach dass so eine tom landry middle school mit einem peter zum beispiel sind sexualkunde biete raushaut mit einer tina oder die schlimme tina raus präsentation habt ihr vorhin gesehen da gibt es viele 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 kombomöglichkeiten wo das ding wirklich selbst im bänder ja also egal wie dass das ding das haut richtig einen rein und dann kommst du hier mit einem roger und mit einem winfrey und der roger hat ganz viele andere kombos die eher für auf gas ausgelegt sind und um sehr viel schaden über mehrere runden zu verursachen und dann kommst du hier mit einem winfrey das ding ist so überflüssig wie ein kopf also braucht kein mensch und deswegen sage ich mal lass die finger davon lohnt sich nicht im geringsten so dann gehen wir in die nächste kombomastery und das ist road kill ja road kill hatte ich auch schon gespielt in der vergangenheit aber schon lange 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 her aber heutzutage also golf ball escape auch der bobby da gibt es so krasse kombos für den bobby der wild bobby zum beispiel dann gibt es ganz viele andere richtig geil sind aber golf ball escape zählt mit sicherheit nicht dazu und also solltet ihr diese karte bei euch noch irgendwo im deck haben ja einzige combo ich mir vorstellen kann das ist road rage mit der linda belcher alles andere macht echt mit dem ding keinen sinn und nur wegen einer combo braucht ihr so eine karte nicht im deck zu halten da gibt es ganz andere karten mit denen ihr viel mehr gute effektive kombos spielen könnte als das ding das heißt kaum einer von euch wird dieses golf ball card bei sich im deck haben hoffe ich und solltet ihr es im deck haben seht zu dass es irgendwie ersetzt bekommt deswegen ist auch diese road kill combo mastery völlig überflüssig ja was kann man jetzt hier über die combo mastery sagen für die free to play player sowie mich jetzt zum beispiel lohnen sich heute die kombos nicht winfrey und road kill sind schrott präsentation und da hinten dieser vengeance crackmeyer sind gut vengeance crackmeyer sogar sehr gut aber lohnt sich eben auch nur wenn du den mythic crackmeyer hast also für die leute die jetzt ein bisschen gems irgendwo auf der hohen kante haben während crackmeyer in mythic hat das ding das lohnt sich schon und die präsentation wie gesagt also mir hat sie schon das ein oder andere match gerettet konnte ich damals dann noch umdrehen weil ich einfach beim gegner mit anderen kombos dann von mir aus noch ziemlich viel runter kribbelt habe und der dann kaum noch schaden machen konnte und dann war ich wieder weg im game mehr also wenn es euch gefallen hat und euch ein bisschen geholfen hat erst mal ein like da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal leute die glock wenn ihr über neue videos informiert werden möchtet und schade jetzt nächstes mal wieder einmal zu leist in der menschen so oder und mit mir immer gleich macht's gut bis dann und tschüss